Musik Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie? Dann sage ich, ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka, profesor, artista y fotógrafo. En el 2004 fundó Katonbet, el portal web de la escena berlinesa con más de 14.000 fotografías suyas. hat Julia Goit, lituana, licenciada in economia und actriz de teatro, aber es war sie pasion für die Fotografie, die sie in Berlin gebracht hat. Ich glaube, Jan Sobotka, wasser, wenn ich in Berlin bin, bin ich sehr interessiert, die sie in Berlin bin, bin ich sehr interessiert. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. De diese Antigua Cerveceria, die zwei Fotos haben, durante einige Stunden, ein Studium. Julia Goit hat ein sehr personales Foto, anders als Jan Sobotka, aber sie interessiert den beiden. Die Fotos haben sie in einem gleichen Ort, mit der Sensibilität und der Technik von der anderen. Ja. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmusstipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia hat mit dieser Zusammenarbeit gefunden, was er fehlt, in Vilna. Ein kreativer und die Leistungen und pedagogische Foto ist ein Foto. Das Programm hat mich sehr, sehr interessiert. dass sie sie als eine Beleidung auf die Beleidung und sie verabschieden. Sie gehen nach der Straße, und sie nicht wissen, man bekommt einen Ort, wo man lernen, wo man arbeiten, wo man arbeiten und wo man alles andere Dinge verabschieden. Das ist wirklich ein sehr guter Beleidung zwischen Arbeit und Beleidung. Julia ist sehr erster zu sein, in Berlin zu entwickeln ihre eigene Unternehmen. Die Erasmus für junge Erasmus hat sie geöffnet den Markt. bei dieser Programme, Reihardamentes.